Die besten DSLMs und DSLRs für Hobbyfotografen. Allzeit aktuell und umfassend getestet in der Chip-Bestenliste. Platz 3 geht an die Panasonic Lumix DMC GH3. Im spritzwassergeschützten Magnesiumgehäuse sitzt ein leistungsstarker 16 Megapixel Bildsensor im 4 Thirds Format. Angenehm viele Bedienelemente und fünf frei belegbare Tasten ermöglichen dabei maßgeschneiderte Einstellungen. Sucher und Display erstrahlen aufgrund der eingesetzten OLED-Technik scharf und kontrastreich. Per Touch-Funktion können sie handlich den Schärfepunkt festlegen. Vor allem bei Filmaufnahmen in Full HD gefällt die Möglichkeit das Reaktionstempo des präzisen Autofokus-Systems festzulegen. Zudem stehen ihnen verschiedene Bildwiederholungsraten, drei Container-Formate und mehrere Bitraten zur Auswahl. Aufnahmen in Zeitlupe und Zeitraffer sind ebenfalls möglich. Die Akkulaufzeit beweist mit knapp fünf Stunden Filmzeit ordentlich Ausdauer. Für enthusiastische Filmer stehen zudem Anschlüsse für ein externes Mikrofon sowie Kopfhörer inklusive Pegelregler zur Verfügung. Per WLAN können sie Daten drahtlos an Geräte übertragen und via App die Kamera drahtlos fernsteuern. Den zweiten Platz in unserer Bestenliste sichert sich die Sony Alpha 77. Der APS-C Sensor mit 24 Megapixel Auflösung liefert auch bei hoher Lichtempfindlichkeit angenehm scharfe und rauscharme Fotos. Durch die bewegliche Lagerung des Bildchips steht auch Objektiven ohne Bildstabilisator ein Verwackelungsschutz zur Verfügung. Das 3 Zoll große Display löst scharf auf und lässt sich kippen sowie schwenken. Der OLED-Sucher mit 2,3 Millionen Bildpunkten liefert ein gestochen scharfes Bild und deckt 100% des Sichtfelds ab. Weiterhin bietet die Alpha 77 ein Infodisplay auf der Oberseite, ein internes GPS-Modul und Anschlüsse für eine Blitzanlage sowie ein externes Mikrofon. Aufgrund der SLT-Technik schärft die Sony Alpha 77 auch während der Videoaufnahme kontinuierlich nach. Ausdauer beweist sie sowohl bei Serienaufnahmen mit bis zu 12 Bildern pro Sekunde sowie bei der Akkulaufzeit mit über 800 Auslösungen je Ladung. Mit der Olympus OM-D E-M1 erringt zum ersten Mal in der Geschichte von Chip Online eine Systemkamera den ersten Platz. Trotz des kleineren Sensors überragt die Bildqualität der 16 Megapixel-Tidermeisten DSLRs. Das griffige Design und die Möglichkeit von Wechselobjektiven im Micro Four Thirds Standard erinnert aber dennoch an eine Spiegelreflexkamera. Bauartbedingt setzt die E-M1 auf einen elektronischen Sucher, der aber mit über 2 Millionen Pixeln angenehm scharf und ruckelfrei darstellt. Alternativ steht ihnen ein 3 Zoll großes Klappdisplay zur Verfügung. Ebenfalls an Bord befinden sich manuelle PSAM-Modi, zahlreiche Filtereffekte, ein flüssiger Full-HD-Video-Modus sowie ein praktisches WLAN zur drahtlosen Bildübertragung. Dabei überzeugen der stets schnappschusstaugliche Autofokus sowie die flotte Serienaufnahme mit bis zu 11 Bildern pro Sekunde. Die Akkulaufzeit mit knapp 600 Auslösungen und rund 160 Videominuten liegt allerdings nur im Durchschnitt.